he ho he ho he ho und willkommen beim ersten jahresrückblick 2020 oder so naja nicht ganz aber anfang 2020 sind dinge passiert hat vielleicht der eine oder andere von euch mitbekommen zwei wichtige dinge über das andere kommt auch noch ein video aber erstmal geht es darum wer kennt es nicht man geht in den einkaufsladen kauft sich was schönes und der kassierer fragt und möchten sind kassenbom ich weiß nicht wie es euch geht ich sage in der regel eigentlich jedes mal nein außer wenn man sich jetzt eine neue kamera kauft oder eine sd karte oder so was ich jetzt absetzen kann aber wer kann das schon absetzen wenn man sich irgendwie ein brötchen oder ein getränk kauft und dann wird die scheiße jedes mal gedruckt und in müll geworfen großartige tolle neue idee danke finanzministerium das ganze jahr letztes jahr war eigentlich das kernthema man hat überall gehört dass man es gar nicht mehr hören könnte umwelt umwelt bitte weniger müll produzieren bitte ein auf die umwelt achten und was kriegen wir bon pflicht na danke nicht mal auf normalem papier sondern auf so scheiß thermopapier das ist ja wirklich eine großartige neuigkeit und manchmal kriegt man ja wenn man in den laden geht sowas hier oder oder sowas da stehen einfach alle sachen drauf die man gekauft hat untereinander müssen sie ja machen und manche läden machen das hier was soll das das ist was ich gekauft habe hier erstmal riesig logo das ist eigentlich das einzig wichtige hier drunter ist noch was weggeknickt da kontaktloses bezahlen und so ein scheiß aber hier unten 18 cm einfach werbung für irgendeine kacke payback karte und so eine scheiße wer hat denn sowas überhaupt und warum muss das da mit drauf man geht da hin sagt hallo ich will das nicht kommt so ein riesiger zettel raus und wird direkt in müll geworfen coole idee alle bäckereien beschweren sich weil die das auf einmal machen und ich persönlich bin zum beispiel jetzt diese ganzen ganzen monat den ganzen januar auch hin und wieder mal in einer dönerbude gewesen oder einem kiosk kriegt man nie einen bon es wurde gesagt ja diese kleinen geschäfte die hinterziehen die steuer wenn man die jetzt zwingt das auszudrucken man weiß ja die die verdienen sich eine goldene nase daran die ganzen döner paläste wo man für drei euro und döner bekommt oder sowas die die werden stinkreich wenn die mal einen nicht absetzen wurde mir da nie angeboten aber in jeder scheiß bäckerei oh sie haben eine brezel gekauft hier ist der kassenbon ach wollen sie nicht kommt in den riesigen mülleimer zu allen anderen ich bin ja jetzt nicht mal so ein hippie wie ich aussehe aber warum muss man denn das machen warum muss man denn warum muss man denn berge von irgendeinem komischen thermopapier mit irgendeiner chemikalienscheiße drauf drucken und einfach riesige müllberge für nichts produzieren und fucking rewe die hier immer erzählen von oh wir sind so umweltfreundlich die drucken den längsten bon von allen oh wir sind umweltfreundlich wir haben jetzt papiertüten die finden sie direkt neben den einweg plastiktüten wo früher rewe bio drauf stand jetzt nicht mehr danke großartig toll gemacht fack könnte ich mich direkt wieder aufregen mache ich ja auch aber es gibt ja leute im internet die das gucken wollen ich würde es mir auch angucken weil ich so vom hass zerfressen bin gibt es übrigens auch eine gute doku warte ich will digitalisierung jetzt ähnliche story ich habe mir neuen perso holen wollen ja der läuft ja ab ständig dann muss man da hingehen und man muss ein foto mitbringen ausgedruckt man muss irgendwo zu einem fotografen oder in so eine kack fotobox gehen sich ein bild ausdrucken lassen mit einem ausgedruckten bild dahin gehen die kleben das ein scannen das wieder ein um es wieder zu drucken das ist effizienz super großartige idee wäre es so schwierig einfach ins scheiß bürgeramt eine kamera zu stellen in diesen kack fotoboxen kann doch auch jeder idioten foto selber machen packt doch so eine dahin dann setzt man sich da rein da geht dann kamera kabel drüber direkt von der kamera fertig gedruckt nein geht alle los macht irgendwo fotos von euch bringt dann ausgedruckte fotos sind super idee digitalisierung ist heute alter von der uni will ich gar nicht erst anfangen doch will ich eigentlich schon man gibt eine arbeit ab dann sagen die ja bitte drucken und auf cd wow wer hat noch cds ich habe nicht mal ein cd laufwerk ich muss zu wem anders gehen der ein cd laufwerk hat muss mir vorher eine scheiß cd spindel kaufen weil keiner mehr diese kack rohlinge hat und dann stehen die rum dann braucht man die nicht das hat man davon wenn sogenannte boomer die regeln machen also leute merkt euch ich glaube ich kann nichts über boomer sagen was nicht strafrechtlich relevant ist so ich musste mal kurz dampf ablassen war so ein kurzes scheiß video ohne skript gute videos kommen bald wieder es ist einiges in der mache ich habe mehr ideen als ich umgesetzt bekomme es kommt wann es kommt es kommt bald der februar ist mein monat und eurer wenn ihr mich mögt wenn nicht dann nicht aber dann müsst ihr mich ja nicht abonnieren ich bin übrigens manchmal auf twitch guck imbis der beste imbis tot leute imbis tot mann so Bis zum nächsten Mal.